ja herzlich willkommen zurück zu programmier paradigmen wir sind jetzt hier im zweiten von vier videos zum thema concurrency und in diesem zweiten video soll es um ja grundlegende konzepte gehen die in den meisten programmiersprachen die concurrency unterstützen in irgendeiner form auftreten fangen wir erstmal an mit ein paar begrifflichkeiten und zwar begriffe für diese dinge die da parallel ausgeführt werden da gibt es drei begriffe die hier relevant sind nämlich prozess threat und task die sind relevant auf verschiedenen leveln und zwar spricht man von prozessen im zusammenhang mit betriebssystem also im betriebssystem gibt es dieses konstrukt namens prozess was parallele oder nebenläufige aktivitäten innerhalb des betriebssystems beschreibt jetzt hier in der vorlesung interessieren wir uns nicht so sehr für das betriebssystem sondern mehr für die programmiersprache sprich die wichtigsten beiden begriffe im kontext dieser vorlesung sind die nächsten beiden der erste hier ist threat und was ich damit meine ist einfach eine aktive entität die der programmierer als etwas betrachtet was parallel oder nebenläufig mit anderen solchen aktiven entitäten ausgeführt wird also das ist in der regel das zentrale konstrukt was es in der programmiersprache gibt mit dem man eben diese parallelen aktivitäten beschreiben kann und dann gibt es noch den begriff des tasks und was hiermit gemeint ist ist eben keine konkrete kein konkretes konstrukt was eine bestimmte programmiersprache zur verfügung stellt sondern ein eine logische einheit von von arbeit die irgendwann ausgeführt werden muss und die dann schlussendlich von einem thread ausgeführt wird also die tasks sind sozusagen das was der programmierer als logische einheiten dessen was ausgeführt werden muss sieht die werden dann abgebildet auf die threads und die threads werden schlussendlich von der programmiersprachen implementierung auf die prozesse des betriebssystems abgebildet wichtig ist hier dass dieser begriff des threads nicht gleichzusetzen ist mit dem thread wie man ihn vielleicht in bestimmten programmiersprachen zum beispiel java sieht sondern das ist ein allgemeines konzept die java threads sind auch threads aber was ich hier mit thread meine ist eben nicht nur java threads und was auch wichtig ist dass in anderen programmiersprachen außer java der begriff der für diese sogenannten threads verwendet wird manchmal ein anderer ist und ich versuche hier in der veranstaltung die begriffe so zu verwenden wie sie hier auf der folie stehen und das dann jeweils auf die entsprechende programmiersprache abzubilden wenn es um eine bestimmte sprache geht so wenn wir jetzt diese parallel ausführenden threads in einer programmiersprache haben dann will man oft dass die auch miteinander kommunizieren zum beispiel um gewisse informationen miteinander auszutauschen und da gibt es im grunde zwei arten und weisen wie das in programmiersprachen üblicherweise gelöst wird nämlich shared memory und message passing shared memory bedeutet dass es bestimmte variablen gibt die von verschiedenen threads benutzt werden können also verschiedene threads können diese variablen lesen und schreiben weil die eben geteilter speicher sind und über diese geteilten variablen oder diesen geteilten speicher kommunizieren diese threads dann miteinander die zweite variante message passing bedeutet dass es keinen solchen geteilten speicher gibt sondern dass die threads sich explizit nachrichten zu schicken und darüber kommunizieren manche sprachen haben das eine manche sprachen haben das andere und es gibt natürlich auch sprachen die beides anbieten und in dem beides häufig verwendet wird bloß um mal beispiele zu geben also shared memory ist das was man üblicherweise zum beispiel in in java oder auch c plus plus haben würde message passing findet man zum beispiel in actor basierten sprachen wie wr lang und programmiersprachen die beides anbieten sind zum beispiel skala wo man sowohl das actor model benutzen kann als auch über threads mit shared memory kommunizieren kann wenn die parallelen threads jetzt miteinander kommunizieren dann will man natürlich nicht nur dass irgendwann diese nachricht mal bei einem anderen thread ankommt sondern man möchte oft auch noch synchronisieren das heißt man braucht irgendeinen mechanismus um die relative reihenfolge der operation die in den verschiedenen threads stattfinden miteinander in einklang zu bringen oder zumindest festzulegen in welcher reihenfolge die dinge tatsächlich passieren oft will man nicht die ganz genaue reihenfolge festlegen sondern eben nur an bestimmten punkten sagen das muss jetzt aber vor diesem passieren damit das programm schlussendlich die semantik hat die man gern hätte im shared memory model muss diese synchronisierung explizit geschehen das heißt man muss wenn eine variable gelesen wird explizit dafür sorgen dass diese variable tatsächlich den neuesten wert der variable liest und nicht vielleicht irgendeinen alten wert sofern man das dann möchte im message message passing modell ist das ganze implizit denn dadurch dass diese nachrichten explizit verschickt werden stellt der 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 thread der die nachricht an den anderen thread abschickt natürlich sicher dass die nachricht erst ankommt nachdem sie abgeschickt wurde also durch das nachrichten schicken hat man im prinzip implizit so einen synchronisierung punkt bei dem gesagt wird okay die nachricht kommt erst an nachdem sie geschickt wurde egal ob die synchronisierung jetzt implizit oder explizit ist ist die frage wie genau das dann eigentlich implementiert wird wir werden in dem späteren teil der veranstaltung noch sehen wie das passiert aber im grunde gibt es zwei große kategorien nämlich spinning und blocking also spinning manchmal wird es auch busy waiting genannt bedeutet dass ein thread eine bestimmte bedingung immer wieder evaluiert bis sie dann wahr ist das heißt der thread wartet sozusagen aktiv darauf dass etwas so ist wie es sein muss damit der thread weiter machen kann und schaut aktiv immer wieder nach ob das jetzt schon so weit ist blocking hingegen bedeutet dass der thread seine eigene berechnung stoppt bis diese bedingung wahr ist und er muss sozusagen nicht aktiv immer nachschauen sondern es gibt einen scheduler der diesen wartenden thread schlussendlich wieder aktiviert also gibt diese zwei form beides wird tatsächlich praktisch verwendet und manchmal möchte man das eine manchmal möchte man das andere und wie genau diese beiden formen von synchronisierung implementiert wird schauen wir uns dann auch noch an um diese konzepte jetzt mal so ein bisschen auf konkrete sprachen zu mappen habe ich hier einfach mal ein paar beispiele aufgelistet wo wir zum einen sehen auf welchem level das ganze überhaupt implementiert ist also ist es jetzt auf dem level der sprache selbst implementiert oder ist es eine spracherweiterung die man explizit anstellen muss um das nutzen zu können oder ist es vielleicht die bibliothek in der das ganze implementiert ist und hier oben sieht man dann diese verschiedenen formen der der kommunikation die möglich ist zum einen nämlich shared memory message passing und dann noch eine dritte form die ich bis jetzt noch nicht erläutert habe aber die im prinzip die spezialform von message passing ist nämlich distributed computing wo wir message passing ausführen aber auf eine art und weise dass es zwischen verschiedenen am computer stattfindet wenn wir uns jetzt mal die sprachen anschauen dann sehen wir zum beispiel dass in java c sharp oder auch c und c++ eben das shared memory model benutzt wird wohingegen message passing zum beispiel in go zu finden ist oder auch in erlang in erlang noch mit der spezialität dass das eben nicht nur auf einem computer sondern ohne große veränderung des kurs dann auch auf mehreren computer stattfinden kann es gibt dann natürlich auch spracherweiterungen die ähnliche sachen implementieren also open mp eine spracherweiterung für c die wir auch noch sehen werden ja gibt noch reichhaltigere syntax um shared memory synchronisierung und kommunikation auszudrücken wenn man das ganze dann auf verschiedenen rechnern machen will dann ist eine spracherweiterung die häufig verwendet wird zum beispiel der remote procedure call der es erlaubt von einem programm was auf einem computer läuft eine funktion auf einem anderen computer aufzurufen und das ist schlussendlich eine form von message passing auf verschiedenen rechnen also in form von distributed computing und dann gibt es natürlich eine ganze reihe von bibliotheken die diese konzepte implementieren also p threats zum beispiel ist so die standard bibliothek die man für cc plus plus in der regel verwendet oder windows threads ist so ähnlich wenn man message passing verwenden will und das noch nicht teil der sprache selbst ist kann man zum beispiel das mpi das message passing interface verwenden und im bereich distributed computing gibt es zum beispiel eine ganze reihe von bibliotheken die es erlauben software über diverse internetprotokolle zu kommunizieren zu lassen so jetzt wissen sie was threads sind und sie wissen dass die miteinander kommunizieren müssen und dass man das dann gelegentlich auch mal synchronisieren möchte was wir jetzt machen werden ist uns anzuschauen wie das in verschiedenen programmiersprachen überhaupt umgesetzt werden kann und wir hängen das ganze quasi daran auf wie überhaupt so ein thread erstellt wird und daraus ergibt sich dann auch oft wie genau die eigentlich miteinander kommunizieren können wir werden uns da fünf arten und weisen wie das in den programmiersprachen die so üblicherweise verwendet werden gemacht werden kann co begin parallele loops das sogenannte launch at elaboration fork manchmal dann noch mit join dazu und schlussendlich implicit received wir werden uns anschauen was diese fünf konstrukte sind und ich werde noch mal beispiele für konkrete sprachen geben wo das stattfindet so die erste art mehrere threads zu erstellen ist das sogenannte co begin hier handelt es sich um eine art eine spezielle art von statement in der mehrere statements drin sind die dann aber alle nebenläufig oder parallel ausgeführt werden also implizit sozusagen jeweils einen thread erstellen in dem die ausführung dann stattfindet mal ganz abstrakt im pseudocode gesprochen sieht das so aus ich habe irgendwas was sagt okay hier geht dieses statement los hier ist es dann zu ende und in diesem compound statement drin sind dann weitere statements und wenn wir dieses äußere statement erreichen werden für jedes statement was da innen drin steht also statement 1 statement 2 statement n jeweils ein paralleler thread gestattet in dem dann diese statements 1 bis n ausgeführt werden als ein beispiel einer sprache oder spracherweiterung genauer gesagt wo das ganze so stattfindet schauen wir uns mal c mit openmp an openmp ist eine erweiterung für c die eben das erstellen und synchronisieren von threads auf vielerlei arten vereinfacht und zwar funktioniert das mit mit hilfe von sogenannten pragmas also was pragmas sind sind im prinzip spezielle kommentare die aber der compiler nicht einfach nur ignoriert wie die meisten anderen kommentare sondern die dem compiler bestimmte anweisungen geben also das sind sogenannte compiler directives das funktioniert so in c dass man dieses hash zeichen was normalerweise auch ein kommentar beginnt als allererstes zeichen in der jeweiligen in der jeweiligen zeile haben muss und dahinter erfolgt dann ein spezieller kommentar der nämlich los geht mit pragma dann omp für openmp um zu sagen dass das ein openmp pragma ist und dann steht dahinter was was da eigentlich passiert und was hier passiert ist dass wir ebenso ein cobeginn statement hier einleiten in dem wir sagen jetzt kommen openmp sections dann haben wir hier so ein block in dem die eigentlichen sections dann drin sind und jede section selbst wird dann wieder nochmal durch ein pragma eingeleitet was sagt hier geht die section los das ist dann auch wieder durch den block umrandet und darin steht dann das was schlussendlich in dem jeweiligen thread parallel ausgeführt werden soll also was wir hier tatsächlich machen ist es werden zwei threads gestattet die jeweils einmal printer aufrufen und sagen hey wir sind da und diese threads werden dann parallel ausgeführt die zweite form wie parallele threads gestattet werden können und die es auch in einigen programmiersprachen gibt sind die parallelen schleifen da hat man vorhin ja schon mal so ein kleines beispiel gesehen also die grundidee ist dass es eben nicht so ist wie bei den normalen schleifen bei den normalen schleifen werden ja die einzelnen iterationen nacheinander ausgeführt sondern die iterationen der schleife finden nebenläufig beziehungsweise parallel statt hier sind mal zwei beispiele von konkreten sprachen beziehungsweise spracherweiterung oder sogar bibliotheken wo man das dann sehen kann zum einen erstmal wieder c mit openmp also das was wir gerade eben schon gesehen haben da haben wir hier wieder so ein pragma wieder eingeleitet durch hash und pragma und omp und in dem fall ist das das pragma für parallel for was eben so eine parallele vorschleife einleitet und was dann hier passiert ist dass wir diese vorschleife die genauso aussieht wie jede andere vorschleife in c auch parallel ausführen werden das heißt diese drei iterationen dieser schleife finden nicht nacheinander sondern parallel statt also wir werden drei threads haben die dann jeweils ausgeben thread 1 2 oder 3 beziehungsweise 0 bis 2 ist da ein zweites beispiel ist aus c sharp und zwar mit hilfe der task parallel library die wir vorhin ja schon mal kurz gesehen haben da ist wieder dieses parallel vor was eben auch drei iterationen 0 1 und 2 erstellt die dann jeweils diese funktion die hier zu sehen ist ausführt und für das ite für die ite iteration der schleife dann jeweils auch wieder ausgibt dass jetzt eben diese iteration stattfindet und genauso wie in dem ersten beispiel werden diese iteration eben parallel ausgeführt das heißt wir bekommen zum beispiel auch nicht unbedingt diese ausgaben dann in der reihenfolge 0 1 2 sondern die können in jeder beliebigen reihenfolge ausgegeben werden weil wir gar nicht wissen welche dieser threads jetzt zuerst tatsächlich die ausgabe macht wenn wir so eine parallele schleife haben ist eine frage was für eine art von synchronisation zwischen den einzelnen iterationen gegebenenfalls stattfindet also wenn wir innerhalb dieser iteration auf oder innerhalb dieser schleifen bodies die dann parallel ausgeführt werden in irgendeiner art und weise ein data race haben also auf dieselben daten lesen oder schreiben zugreifen ist die frage wie kann man verhindern dass da dann nicht das passiert was man eigentlich möchte in den meisten programmiersprachen liegt das allein in der verantwortung des programmierers das heißt die sprache macht da erstmal gar nichts sondern man müsste wenn man das synchronisieren möchte innerhalb des schleifen bodies dann tatsächlich noch synchronisations konstrukte verwenden zum beispiel logs schauen wir uns dann später noch ein bisschen genauer an in manchen sprachen und das möchte ich jetzt hier erst mal zeigen gibt es aber dann doch eine implizite synchronisierung von seiten der programmiersprache das heißt da wird an bestimmten stellen synchronisiert zwischen den threads die parallel ausgeführt werden und ein beispiel dafür ist eine form von paralleler schleife in fortran nämlich die sogenannten for all loops die es da gibt und was da passiert ist dass bei jedem assignment was innerhalb der schleife stattfindet implizit synchronisiert wird das heißt immer wenn ein assignment stattfindet warten alle threads aufeinander und erst dann geht es weiter und speziell ist das so dass alle sachen die auf der rechten seite eines assignments gelesen werden geschehen bevor irgendwelche schreibaktionen passieren die auf der linken seite des assignments sind das heißt alle threads lesen erst das was rechts gelesen wird und dann nachdem alle gelesen haben schreiben dann alle entsprechend dem was auf der linken seite des assignments steht schauen wir uns das ganze mal an dem beispiel an und anschließend habe ich dann auch noch ein kleines quiz zu dem beispiel also was wir hier sehen ist eben so eine parallele for all loop in fortran was hier passiert ist wir haben also wieder so eine schleifen eine schleifen variable i die hier von 1 bis n minus 1 gehen wird und für jede dieser iteration wird dann implizit ein thread erstellt weil das eben eine parallele vorschleife ist das heißt diese iteration wird parallel ausgeführt was machen diese ausführungen dann jeweils die werden jeweils bestimmte array elemente nämlich aus den arrays a b und c lesen und schreiben aber die machen das nicht in einer komplett beliebigen reihenfolge sondern diese assignments die hier stattfinden sind eben implizite synchronisations punkte das heißt was schlussendlich passiert ist dass zuerst alle threads in dieses erste statement ausführen werden und davon aber erstmal all die sachen die auf der rechten seite gelesen werden ausführen werden also alle threads lesen sozusagen den jeweiligen wert von b an position i und von c an position i anschließend schreiben dann alle threads das ergebnis was was rauskommt nachdem sie gelesen haben und die plus operation ausgeführt haben in a von i und dann geht es zum nächsten statement wo dann alle threads diesen wert lesen der hier gerade eben geschrieben wurde und dann wird wieder synchronisiert und gewartet und erst nachdem das alle gelesen haben wird dann der nächste wert an a von i plus 1 geschrieben das heißt durch diese implizite synchronisierung an den assignments steht im prinzip fest in welche reihenfolge das ganze hier passiert und der programmierer muss nicht explizit festlegen dass hier synchronisation oder synchronisierung verwendet werden soll um das noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen schauen wir uns mal ein kleines quiz an und zwar mit dem selben stück code was wir gerade eben gesehen haben also das ist wieder diese parallele for all loop aus vortran und die frage ist jetzt was passiert eigentlich wenn wir diese schleife jetzt ausführen und zwar mit diesen konkreten werten hier unten also wir haben werte für das array a für das array b und für das array c und wir wissen auch den wert von n nämlich gleich 3 und die frage ist welchen wert hat das array a nachdem wir den code mit diesen wert ausführen nochmal als hinweis in vortrang fangen die array indizes nicht bei 0 an wie zb in c oder java sondern bei 1 also das allererste element eines arrays ist das array von 1 element in diesem in diesem array ich würde jetzt bitten darüber kurz nachzudenken vielleicht auch mal auf papier aufzuschreiben was hier eigentlich vor sich geht anschließend dann im ilds abzustimmen auch so als kleine eigenkontrolle ob sie es verstanden haben und anschließend dann erst weiter zu schauen schauen wir uns mal die lösung an also wir haben hier n gleich 3 das bedeutet wir haben zwei threads nämlich einen in dem i gleich 1 sein wird und eine andere in dem i gleich 2 sein wird so und jetzt schauen wir uns an welche statements da ausgeführt werden das erste ist das assignment statement weil wir eben diese implizite synchronisierung haben wird zunächst erstmal alles gelesen was auf der rechten seite des assignments steht das heißt thread 1 wird das erste element von b lesen und das zweite element das erste element von c also 1 und 3 und die dann addieren und bekommt da den wert 4 raus und thread 2 liest jeweils das zweite element also der dies 2 aus b und eine andere 2 aus c addiert die und bekommt den wert 4 anschließend geschieht eben genau diese implizite synchronisierung die ich gerade schon erklärt habe also bevor das assignment jetzt wirklich stattfindet und wir die ergebnisse in a von i schreiben warten erstmal alle threads aufeinander und es wird sichergestellt dass alle die werte auf der linken seite tatsächlich gelesen haben so jetzt können wir die linke seite des ersten assignments ausführen das heißt wir werden an die ite stelle von a schreiben also in thread 1 schreiben wir an a von 1 und zwar den wert den wir gerade ausgerechnet haben nämlich 4 und so ähnlich dann in thread 2 wo wir an die zweite an das zweite element von a schreiben und da auch eine 4 hinschreiben das heißt in a haben wir jetzt nicht mehr 0 0 0 wie am anfang sondern 4 4 0 nachdem dieses erste statement ausgeführt wurde so jetzt haben wir einen weiteren synchronisation punkt hier und zwar deshalb weil wir ein weiteres assignment haben und alles was jetzt da auf der rechten seite gelesen wird geschieht auch erst nachdem alles was in dem vorigen assignment geschrieben wurde tatsächlich geschrieben wurde das heißt wir warten erst wieder bis alle threads tatsächlich in a von 1 bzw. a von 2 geschrieben haben und lesen dann die werte von a von i und a von i i plus 1 das heißt im thread 1 lesen wir das erste und zweite element von a also 4 plus 4 addieren die und bekommen dann 8 raus und im thread 2 lesen wir das zweite element von a da ist die 4 und das dritte element von a da ist die 0 und addieren die wieder und kommen dann auf 4 so dann gibt es nochmal so einen impliziten synchronisations punkt das ist auch der letzte für das beispiel bevor wir dann schlussendlich das assignment das zweite assignment abschließen indem wir die sachen die auf der linken seite des assignments stehen tatsächlich schreiben also jeweils jeweils an a von i plus 1 das ergebnis schreiben das heißt in thread 1 schreiben wir an a von 2 die 8 und in thread 2 schreiben wir an a von 3 den wert 4 und das bedeutet dass schlussendlich der endzustand von unserem array a ist dass wir darin die 4 haben die wir hier oben geschrieben hatten dann die 8 die wir hier geschrieben haben und schlussendlich dann die 4 die hier drüben geschrieben wurde also schlussendlich haben wir 4 8 4 in diesem array drin stehen so jetzt wissen sie was parallele loops sind sie haben gesehen wie in manchen programmiersprachen implizit zwischen den einzelnen statements die da parallel ausgeführt werden synchronisiert wird synchronisieren muss man aber natürlich nur wenn überhaupt daten gemeinsam geteilt werden denn wenn jeder thread nur seine eigenen privaten daten hat dann muss man auch nichts synchronisieren in manchen programmiersprachen beziehungsweise sprach erweiterung kann man genau spezifizieren welche variablen denn überhaupt geteilt werden soll und dann muss man auch nur bei diesen variablen tatsächlich eine form von synchronisierung machen ein beispiel wo das geht ist open mp also diese c erweiterung die wir jetzt schon ein paar mal gesehen haben und zwar gibt es da im prinzip drei modi mit denen festgelegt werden kann inwiefern diese daten denn zwischen den parallelen threads überhaupt geteilt werden das eine ist shared data also das was wir bis jetzt auch implizit immer angenommen haben was einfach bedeutet alle threads benutzen dieselben dieselben daten und haben dann shared memory und müssen wenn das gewünscht ist das natürlich dann auch entsprechend synchronisieren der zweite modus ist private data was bedeutet jeder thread hat seine eigene kopie von einer bestimmten variable zum beispiel die dann auch mit den anderen threads nie in irgendeiner form geteilt wird und das dritte ist so ein zwischending das nennt sich reduction was bedeutet dass eine variable im prinzip erstmal private ist aber am ende dieser parallelen loops werden die einzelnen werte die die threads für diese private variable errechnet haben dann zusammengeführt oder reduziert auf einen wert der schlussendlich dann auch nach der schleife zur verfügung steht als konkretes beispiel schauen wir uns mal diese parallele schleife die wieder in c mit open mp geschrieben ist an also wir haben hier erstmal zwei variablen einmal dieses array der größe n und dann diese variable sum und dann kommt wieder so ein pragma was diese parallele schleife in open mp einleitet also das ist wieder pragma ob omp und dann parallel for und dann das was jetzt hier neu daran ist sind diese anweisungen inwiefern die daten um dies hier geht dann überhaupt gemeinsam oder auch privat sein sollen und was wir hier sagen sagen ist mit diesem default shared dass alle variablen außer der schleifen variable i die ist immer private zwischen den parallel ausgeführten schleifen iterationen geshared sein sollen aber und das ist die ausnahme wir geben auch an dass diese sum variable eben nicht geshared ist sondern private sein soll aber schlussendlich dann reduziert werden soll das heißt am ende der parallelen ausführung wird das ergebnis dieser sum variable der einzelnen threads genommen und auf einen wert reduziert nämlich mit hilfe dieses plus operators also was diese schleife schlussendlich machen wird ist sie wird sich dieses gemeinsame array parallel anschauen und jeweils aufsummieren welche werte denn am item element des arrays sind und die summe die all diese alle elemente ist schlussendlich nachdem die schleife ausgeführt wurde also wenn wir dann hier sind in dieser sum variable denn diese einzelnen summen werden implizit durch diesen diese reduktionsanweisungen hier oben durch den plus operator zusammengeführt zu einer einzelnen summe so die ersten zwei arten wie man threads in programmiersprachen üblicherweise erstellen kann haben wir jetzt angeschaut das war cobeginn und die parallel loops jetzt kommen wir zur dritten art nämlich das sogenannte launch at elaboration die grundidee hier ist dass wir einen thread mit einer bestimmten ausführung einer subroutine assoziieren können und damit sagen wann immer diese subroutine ausgeführt wird dann wollen wir auch diesen threads noch zusätzlich starten zusätzlich zu dem thread der ja schon läuft und die subroutine ausführt so dass wir parallel zu der subroutine noch etwas anderes machen können und am ende der subroutine warten wir dann vor die subroutine zurückkehrt dass dieser thread auch fertig ist das heißt also das was parallel zu der subroutine gemacht wird muss dann auch beendet sein bevor die subroutine wieder zurückkehrt interessanterweise kann dieser thread der dann parallel zu der subroutine gestartet wird all die lokalen variablen dieser subroutine auch verwenden das heißt wir können sozusagen in dieser subroutine so ein kleines stück parallelität einbauen und die variablen die in dieser subroutine existieren und da auch benutzt werden werden dann geteilt zwischen den parallel ausführenden threads schauen wir uns mal ein konkretes beispiel an und zwar mit der in der adersprache also was wir hier sehen ist einmal wie also eine subroutine namens p erstellt wird und hier unten zwischen dem beginn und end haben wir dann den eigentlichen body dieser routine und die statements in dem fall das eine statement das put line statement was ausgeführt wird wenn diese subroutine aufgerufen wird und zusätzlich dazu definieren wir hier diesen sogenannten task und hier ist wieder ein bisschen verwirrende terminologie am spiel und zwar ist task einfach nur der name den ader für das verwendet was ich hier in der vorlesung thread nenne also was hier erstellt wird ist ein paralleler ausführungsstrang der zusätzlich zu dem zu dem ausführungsstrang in dem dieses put line dann ausgeführt wird eben auch noch existiert und parallel dazu eben das ausführt was wir dann hier oben sehen nämlich ein weiteres put line das heißt wenn diese subroutine p aufgerufen wird werden im prinzip zwei ausgaben gemacht nämlich einmal die des haupt threads hier unten und dann die des parallel laufenden threads hier oben in welcher reihenfolge ist nicht definiert weil die eben nebenläufig oder parallel ausgeführt werden und keine synchronisierung zwischen den beiden besteht die vierte art in der threads in programmiersprachen beschrieben und erstellt werden ist fork und dann in der regel oder oft auch noch zusammen mit join was heißt das also mit fork bezeichnet man das explizite erstellen eines threads also es gibt irgendeine form von statement die explizit sagt so hier wird jetzt ein thread erstellt und join ist dann so ein bisschen das pronoun dazu wo darauf gewartet wird dass ein thread der vorher geforkt wurde fertig wird und wir explizit sagen an der stelle warte auf genau diesen thread und mache erst weiter wenn dieser thread tatsächlich auch seine berechnung beendet hat schauen wir uns das ganze mal an zwei beispiel an und zwar als erstes ein beispiel von java also in java kann man eben genau dieses fork join modell verwenden um threads zu erstellen und dann darauf zu warten dass die auch wieder fertig sind und zwar funktioniert das so dass ich eine klasse erstelle die eine unterklasse der thread klasse ist und in dieser klasse die ich da erstelle muss ich dann eine run methode angeben in der schlussendlich der code drin ist der ausgeführt werden soll wenn dieser thread erstellt wird und dann auch ausgeführt wird also alles was hier dann drin steht wird eben in dem parallelen thread den wir hier erstellen dann tatsächlich ausgeführt und wenn ich das ganze dann benutzen möchte muss ich diese klasse natürlich erstmal instantiieren indem ich hier diesen konstruktor aufrufe und die werte die ich mit diesem thread teilen möchte übergebe ich dann üblicherweise hier als argumente also die kommen dann hier oben in dem konstruktor an und können dann in der run methode entsprechend auch verwendet werden und um diesen thread dann tatsächlich zu starten also das erstellen des objektes startet den noch nicht sondern erstellt erst mal nur dieses objekt der subklasse image renderer und um das ganze dann wirklich zum laufen zu bringen muss ich die start methode aufrufen dann wird dieser parallele thread ausgeführt hier kann ich in der zwischenzeit irgendwas anderes machen was dann parallel dazu stattfindet und wenn ich irgendwann möchte dass es erst weitergeht nachdem der image renderer thread tatsächlich auch fertig ist rufe ich dann die join methode auf um anzugeben dass ich jetzt darauf warten möchte dass dieser thread auch beendet ist als zweites beispiel das im prinzip dasselbe modell verwendet schauen wir uns mal c sharp an hier sieht das ganze so ähnlich aus aber ist doch ein bisschen anders und der große unterschied hier ist dass der code der in dem thread ausgeführt werden soll im prinzip nur eine ganz normale methode ist die wir dann in einen thread verwandeln indem wir diese methode als als first class entity in diesen konstruktor von thread start reingeben und der wird dann schlussendlich in den konstruktor von thread reingegeben und dadurch erstellen wir ein thread in dem diese eine methode als das stück code das in dem thread ausgeführt werden soll angegeben ist das heißt hier oben würde man wieder das reinschreiben was in dem parallelen thread auszuführen ist erstellt diesen thread dann so wie man es hier unten sieht und dann haben wir ganz ähnlich wie zu java wieder diese zwei methoden start und join die den thread los starten anschließend kann man parallel noch irgendwas anderes machen und dann mit join angeben dass wir jetzt an der stelle warten wollen bis der thread tatsächlich fertig ist wenn man jetzt in diesem modell programmiert wo man explizit threads erstellt starten lässt und deren ende dann mit hilfe von join abwartet kann man schnell so in die verlegenheit kommen sehr sehr viele threads zu erstellen was aber doch relativ teuer ist denn jeder dieser erstellten threads hat eine gewisse kosten um die zu erstellen und um diese kosten zu sparen gibt es dieses konzept von thread pools also die thread pools haben im prinzip zwei vorteile das eine ist wir müssen nicht so viele threads erstellen denn die threads werden in thread pools wiederverwendet das heißt für verschiedene logische aufgaben die vielleicht parallel ausgeführt werden sollen kann ich den selben thread benutzen in dem indem ich einfach dem einen thread wenn der fertig ist mit der ersten aufgabe die zweite aufgabe gebe und die dann im selben thread ausgeführt werden der zweite vorteil ist dass man als programmierer die logischen aufgaben also das was ich hier als tasks bezeichne von den eigentlichen threads also der art und weise wie das dann in der programmiersprache implementiert wird ein bisschen trennen kann und 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 ja das quasi getrennt behandeln kann diese implementierung eines thread pools spart sich dann also gewisse kosten dadurch dass threads wiederverwendet werden und sie kann auch implizit entscheiden wie genau die tasks die der programmierer diesem thread pool übergibt denn gescheduled werden also in welcher reihenfolge die genau ausgeführt werden das heißt ich muss nicht selbst sagen okay dieser threads macht die zwei tasks und dieser thread macht die drei tasks sondern das erledigt mein thread pool für mich indem ich einfach sage hier es gibt diese anzahl von threads und hier sind diese tasks für die bitte mal raus schauen wir uns das ganze mal wieder anhand von einem beispiel an und zwar diesmal wieder in java das hier sieht jetzt so ähnlich aus wie das was wir gerade gesehen haben also wir haben wieder diesen image renderer der parallel zum haupt thread des programms irgendwas machen soll und dieses irgendwas steht hier wieder in dieser methode namens run drin der unterschied ist dass wir diesmal nicht von der thread klasse erben sondern das runnable interface implementieren und das runnable interface sagt im prinzip nur dass es da irgendwo diese diese methode namens run gibt und was wir dann machen ist dass wir hier unten so ein thread pool erstellen mithilfe dieser executors new fixed thread pool methode wo wir angeben dass wir gern vier threads erstellen wollen und diese vier threads die wir in diesem thread pool drin haben können dann beliebig viele tasks die jeweils ein runnable sein müssen ausführen und als einen ersten task übergeben wir hier eine neue instanz von diesem new image renderer an diese execute methode und sagen hier ist der erste task den du ausführen sollst anschließend könnten hier aber noch und das würde sinn machen wenn ich so ein thread pool mit vier threads erstellt weitere tasks eingeführt werden zum beispiel könnte ich weitere image renderer instanzen da übergeben und es können auch mehr als vier sein die dann einfach einer nach dem anderen mit hilfe der verfügbaren threads abgearbeitet werden eine ganz interessante sprach erweiterung in der diese idee von tasks die man folgt und die anschließend wieder gejoint werden noch ein bisschen weiter getrieben ist ist die silk sprache also silk ist eine erweiterung von c und die hat diese konzepte fork und join unter dem namen spawn und sync auch implementiert und gleichzeitig auch diese idee von thread pools wirklich teil der der sprach erweiterung gemacht also die grundidee hier ist dass der programmierer die tasks und deren abhängigkeiten explizit ausdrückt und dann aber nicht angeben muss inwiefern diese tasks jetzt tatsächlich auf threads gemappt werden und ausgeführt werden sondern alles was der programmierer machen muss ist zwei keywords zu verwenden nämlich spawn und sync was spawn macht ist dass es eine funktion die ein task implementiert als nebenläufigen thread ausführen lässt das heißt also wir sagen ruf bitte diese funktion auf und macht das aber parallel zu dem was anschließend kommt und dann gibt es noch sync was sagt dass alle tasks die jetzt irgendwo erstellt wurden anschließend wieder synchronisiert werden müssen beziehungsweise dass wir auf all diese tasks warten und erst dann weiter weiter wollen in der ausführung und was der was die implementierung dieser sprach erweiterung dann macht ist dass es die verschiedenen tasks effizient auf die zur verfügung stehenden threads und prozessoren mappt und zwar mit hilfe vom sogenannten work stealing was im prinzip bedeutet dass auf jedem core ein thread läuft der sich immer den nächsten verfügbaren task schnappt und den ausführt und das sozusagen so geschieht dass die prozessoren immer was zu tun haben und das führt dazu dass wir schlussendlich so schnell wie möglich mit der kompletten ausführung fertig sind ohne dass der programmierer sich explizit überlegen muss wie die tasks denn jetzt zu threads und den cpu cores gemappt werden müssen schauen wir uns als beispiel dafür mal die gute alte fibonacci funktion an also hier sehen wir zunächst erstmal eine sequentielle implementierung also komplett ohne parallelität wo wir einfach fibonacci von n aufrufen und zwar indem wir die fibonacci methode selbst rekursiv wieder aufrufen mit n-1 und n-2 so wenn wir das jetzt einfach so ausführen passiert das ganze sequentiell das heißt das wird erst fibonacci mit n-1 aufgerufen dann fibonacci mit n-2 und das ergibt dann das ergebnis von fibonacci mit n wenn ich das ganze jetzt parallel ausführen möchte kann ich das mit silk sehr einfach machen indem ich eben einfach diese weiteren keywords hier anfüge zum einen muss ich diese methode hier oben als spezielle silk methode markieren indem ich einfach silk davor schreibe und dann habe ich diese beiden keywords spawn und sync die folgendes machen also das spawn sagt dass diese ausführung von fib von n-1 bzw von n-2 parallel mit dem parent geschehen soll das heißt es wird also fib von n und fib von n-1 und fib von n-2 alles parallel berechnet und sync sagt dann dass wir an der stelle schlussendlich darauf warten wollen was diese hier gespawnten ausführungsstränge gemacht haben also an der stelle geht es erst weiter wenn die tatsächlich beide wieder fertig sind und und das ergebnis zurückgegeben haben also ist eine sehr einfache art diese idee von von fork und join beziehungsweise spawn und sync auszudrücken mit hilfe dieser spracherweiterung namens silk die letzte art und weise wie threads in programmiersprachen erstellt werden ist eigentlich recht einfach weil die passiert implizit und zwar ist es das sogenannte implicit received also das ist relevant in systemen die diesen remote procedure call verwenden also dieser dieser fernaufruf von funktion wo ein prozess der vielleicht auf einer maschine läuft bei einem prozess der auf einer andere maschine laufen kann eine funktion aufruft und was da passiert ist dass wenn dieser dieser request diese funktion aufzurufen bei der anderen maschine ankommt dann wird auf dieser auf dieser auf der maschine wo der wo die funktion ausgeführt werden soll dafür ein thread erstellt in dem dann tatsächlich dieser funktionsaufruf stattfindet das heißt der programmierer muss im prinzip gar nicht explizit threads erstellen sondern ruft einfach diese funktion mit hilfe von dem remote procedure call auf und dafür wird dann dort wo das wo der aufruf stattfindet ein ja ein thread erstellt so schlussendlich noch ein kleines quiz zum abschluss und zwar wieder in der form von vier sätzen die ich mir ausgedacht habe von denen manche stimmen und manche nicht stimmen und ich würde sie bitten diese sätze jetzt mal durchzulesen das video anzuhalten dann im ilias abzustimmen um zu sagen welche von den sätzen dann korrekt sind und welche nicht korrekt sind und erst dann weiter zu schauen ok schauen wir mal die lösung an also von diesen vier sätzen war einer korrekt nämlich der dritte die anderen aber alle nicht der erste satz war konkurren sie bedeutet dass verschiedene maschinen ausführung zur gleichen zeit haben das stimmt so nicht denn das wäre distribution konkurren sie bedeutet einfach nur dass wir nebenläufigkeit haben also nicht genau dass wir parallele aus dass wir ausführung haben bei denen wir nicht genau wissen an welcher stelle in der ausführung wir relativ zueinander sind aber die müssen noch nicht mal zur gleichen zeit laufen und die müssen auch nicht auf verschiedenen maschinen laufen in den parallelen schleifen von open mp sind die daten bei default eben nicht private für den jeweiligen threads sondern sind shared und man kann das dann aber durch diese direktiven die wir gesehen haben noch verfeinern und zum beispiel alle daten unter bestimmte daten private machen ein thread in einem thread pool kann tatsächlich eine beliebige anzahl von von tasks ausführen genau deswegen haben wir die denn dieser thread wird wiederverwendet und kann mehrere tasks nacheinander ausführen ohne dass wir den overhead vom erstellen und wieder beenden eines threads jedes mal bezahlen müssen und dann noch der letzte satz der scheduler reaktiviert ein thread der busy waiting macht eben nicht sondern busy waiting heißt der thread schaut aktiv immer nach ob die bedingung die erfüllt sein muss damit es weiter geht erfüllt ist und macht dann weiter wenn wir blocking verwenden würden dann würde der scheduler tatsächlich diesen thread dann aufwachen aber bei busy waiting ist das eben nicht der fall ja damit sind wir auch am ende dieses zweiten von vier teilen vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal